Silberholz, das richtige Holz für Haus und Garten. Im Familienbetrieb Silberholz hat die Arbeit mit dem wertvollsten Rohstoff eine lange Tradition. Seit über 50 Jahren wird Holz hier in verschiedensten Formen weiterverarbeitet. Als oberstes Gebot gilt dabei seit jeher Nachhaltigkeit in Bezug auf Natur und Umwelt. Die umfangreiche Produktpalette des Unternehmens umfasst die Fertigung hochwertiger Spielplatzgeräte, Balkone, Pergolen, Zäune, Sitzgarnituren und Gartenhäuschen. Selbstverständlich werden alle Produkte genau nach den Vorstellungen der Kunden geplant und auf Wunsch als kompletter Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Die verwendeten Holzarten stammen dabei größtenteils aus der Region und zeugen von höchster Qualität. Das Unternehmen bietet darüber hinaus eine reichhaltige Auswahl an Brenn- und Rundhölzern sowie Schnitthölzer für verschiedene Einsatzgebiete. Entdecken Sie Holz in seiner vielfältigsten Form. Weitere Informationen finden Sie auf www.silberholz.at